hallo und willkommen hier bei farming simulator 17 von der map in süd hemen und wie ihr seht haben die schweine nichts mehr zu fressen und dafür werden jetzt so wir haben da noch hier auf euch zu stehen da wären wir mal quasi hier unseren money to holen und damit die schweine füttern ach die schweine füttern sag ich die schafe füttern wie ihr wisst haben wir ja hier hinten gewichte dran getan weil der zu kippen droht und das ist nicht gut ja das sind wir los ja schon wieder gut los überall fahren wir gegen und wie gesagt wir wollen die scharfe füttern und das machen wir mal jetzt die nicht verhungern die lieben dann nehmen wir mal hier von den ballen noch mal den obersten runter damit ich an die anderen rankommen hoffentlich die das ohne probleme wir hier blamier sind die haken drin woher draußen jetzt gehen sie rein dann können wir jetzt immer zwei nehmen und quasi wenn ich nachher doch wo sind ich die karte nachher wechsel habe gesagt demnächst kommen let's please von der map porter westfalica und jetzt los ich wollte gerade sagen keine sind wir aber die wohnen so und jetzt ist der money tuch nicht mehr so wackelig auf den beiden der war ja immer extrem wackelig wenn er halt last hat kommen wir hin zum money hack nochmal sonst wird da nix so ist er schon ja doch eine last was wir hier bewegen so ein ballen wiegt wenn er trocken ist 340 kg so war schon mal gut aber warum achso ja ok ok oh hat sich aufgepasst äh da stehen bleiben denk mal zwei passen dann noch rein können wir gleich mal schauen ein bisschen scharfe zu so na vorwärts money so dann müssen wir glaube ich noch demnächst mal die schweine für den darüber war daran so gut doch der so wendig ist und schauen wir mal wie viel wir schon drin haben wird zweiter ja die fuhr da mal weg ist ja die wahre freude stopp äh, ja, war doch ein bisschen zu weit. Dann sieht man es, gehen die Haken rein in den Ballen. Soll. Nein, nein, ist noch nicht voll. Irgendwann die passen noch rein. Gucken. Oh ja, war schon etwas. Die zwei da noch, dann müsste das reichen. Und wir werden uns auf jeden Fall eine andere Ballengabel zulegen. Ich meine, die ist ja gut. Aber, naja. So. Die noch reintun. Und den dritten auch noch. Da fallen wir eigentlich immer gegen. Und schwupp, weg ist er. Huch. Scharf. Gebt nie raus. So. Dann stellen wir den Monitor in die Seite. Dann sage ich mal hier, bye bye. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. 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 Ja.